Hallo zusammen, hier ist die Annabelle aus Frankreich. Willkommen in einem neuen Video von mir. Morgen hat unser kleiner William Geburtstag. Er wird zwei Jahre alt und ich wollte für ihn eine ganz spezielle Geburtstag Torte und die habe ich bei www.deinetorte.de bestellt. Mal sehen, wie sie aussieht. Sie ist heute angekommen, ist nur im Paket. Ist eine Überraschung. Super, das Paket ist ganz toll, ganz schön. Kommt die Geburtstagstorte von William. Oh, wie schön. Ist ganz toll, ganz schön verpackt. Ein schönes Kärtchen dabei. Das ist die Ingredientenliste, das ist auch cool. Weiß man genau, was drin ist. Ich glaube, die haben sogar glutenfreie Torten. Das ist schön. Und ein Vorteil für nächstes Mal. Da ist so ein kleiner Aufkleber drauf. Schönes Papier. Wow, wie toll. Also, da haben wir auch ein paar Dekoartikel damit bestellt. Da ist eine kleine Lightning McQueen Kerze dabei. Die ist ganz süß. Da sind auch Kerzen, die so wie ein Feuerwerk machen. Das wird William sicher gefallen. Und da ist ein Flugzeug dabei. Das ist von Plains. Und die Torte super toll verpackt. Damit nichts passiert mit dem Transport. Karton. Super toll. Das sind so ganz schöne Wolken drauf von Plains. Ich mache es jetzt nur ein bisschen auf, denn wir werden die Torte morgen essen. Und sogar personalisiert ist sie. Das steht Joy-Universär drauf. Das bedeutet Happy Birthday. Und auf der anderen Seite steht William drauf. Bin gespannt, was er sagt. Bis morgen dann, wenn William seine Geburtstagssorte entdeckt. Tschüssi. 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 Also wie sie es gemerkt haben, hat sich mein kleiner William ganz toll über seine Geburtstagstorte gefreut. Wir haben uns alle auch sehr gefreut, denn sie war ganz lecker. Ich habe Schoko Schoko gewählt. Da kamen glaube ich auch Vanille oder Zitrone und ich glaube da ist noch rote Früchte dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber ihr habt die Wahl zwischen ganz vielen Geschmacksrichtungen und auch Formen. Da kann man eigentlich ein Foto zuschicken und die printen es drauf auf dem Kuchen. Das muss ich unbedingt nächstes Mal probieren. Ich denke es wird ganz toll aussehen, werde ich sicher auch noch ein Video darüber drehen. Also ich hoffe es hat euch gefallen und à bientôt! Tschüssi! Ciao!